ja moin kinners ihr seht schon ich habe heute kein whisky auf dem tisch denn ich habe noch was zu erledigen heute und zwar muss ich noch mal was sagen und zwar dankeschön kinners danke für 2000 abonnenten und ja ihr habt vielleicht schon gemerkt weil es fast 2200 ich weiß auch nicht was da aktuell passiert aber ich habe vor gut zehn tagen auf jeden fall die 2000 abonnenten geknackt dank euch dank der community dank den supportern patreons unterstützern und was weiß ich nicht alles also alles euer verdienst und natürlich habe ich auch ein paar videos dafür dazu beigetragen dass das so ist aber wichtig zu sagen ist normalerweise habe ich so gedacht gut wartest einfach so ein bisschen ab mit diesen 2000 abonnenten erst mal bis die wirklich safe sind weil meistens ist es ja so du erreichst die und dann fallen wieder so zehn weg und hast du die doch nicht erreicht und deswegen habe ich so gesagt gut wartest du meine woche dann habe ich die woche gewartet und dann war das schon 2150 wie gesagt mittlerweile gehen wir knapp auf die 2200 zu und leute ich freue mich tierisch ich freue mich mega und genau deswegen hier noch mal die offizielle ankündigung für euch ich habe gesagt wir machen eine richtig fette party wir machen eine richtig geile samstagabend live show so mit allem mit auf dem sofa rumgammeln mit oma und opa mit allen die über 18 sind aus der family wir machen uns zu hause gemütlich wir machen lustig spaß vor der kamera ihr könnt zu hause mitmachen ihr könnt ganz 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 viel stuff gewinnen es gibt weiß ich habe keine ahnung 40 50 preise oder so also ich habe zwei kisten voll mit gewinnen flaschen zubehör allem pipapo also da ist richtig viel geiles zeug mit bei und wir haben richtig geilen abend euch vor denn wir sind natürlich kann also ich kann das ja nicht hier machen guckt ihr das studio an also wenn ihr es mal sehen würdet dann würdet ihr sehen dass wir zwischen der kamera und mir maximal anderthalb meter sind mehr ist natürlich und dann ist das regal aber ihr dürft nicht vergessen wir haben natürlich eine coole location wo wir das machen können das ist die barschule in freiburg wer das noch nicht wer das noch nicht weiß oder wer das noch nicht kennt der weiß dass wir schon mal da waren und da cocktails gemixt haben und der manuel von der barschule hat gesagt sascha hier nutzt unser studio wir haben sogar eine rote couch für die samstagabend show und natürlich werden wir sie nutzen ich habe gäste eingeladen es werden leute aus der community mit dabei sein wir werden lustige spiele spielen wir werden cocktails mixen wir werden whiskies verkosten und ihr könnt natürlich auch live zu hause mitmachen denn der manuel hat natürlich eine box für diesen abend zusammengestellt wo wie gesagt alles drin ist was er für zwei cocktails braucht und natürlich drei whiskies die wir an dem abend verkosten werden alles komplett ich glaube die box kostet 26 euro 90 den link füge ich euch unten drunter in der beschreibung ein woher die box bestellen könnt direkt bei der barschule freiburg und wenn ihr meinen code eingebt ich habe noch so ein rabattcode bekommen da kriegt man da noch mal zehn prozent rabatt heißt also die box kostet euch dann unter 25 euro und ich möchte das ganz ganz viele daran teilnehmen können dass wir echt einen richtig coolen abend zusammen haben und dass wir vielleicht im live stream auch die 100 zuschauer knacken das wäre natürlich richtig richtig nice also wie gesagt mitmachen wenn mindestens 100 sets weggehen haue ich noch mal eine richtig geile buddel raus die wir unter allen teilnehmern die sich so ein set bestellt haben verlosen werden und ja wie gesagt unten auf den link klicken dann seid ihr mit dabei ich freue mich auf einen richtig coolen abend am 28 januar 2023 ab weiß ich nicht 21 uhr schätze ich mal wir werden vermutlich anfangen wie immer ab 21 uhr die große samstagabend live show vielleicht fangen wir auch um 20 15 an klassisch wir gucken mal auf jeden fall ich freue mich auf einen coolen abend mit euch und durch den abend werden führen der manuel die holly und natürlich meine wenigkeit und ja ich habe richtig bock drauf wird richtig cool und ich sage noch mal danke an diese geile community danke an euch dass ihr täglich quasi meine videos schaut und klickt dass ihr an den tastings teilen nehmen dass ihr mich supportet dass ich hier sowas von euch zugeschickt bekommen da hat mich super gefreut jetzt erstrahlt das studio bald in anderem glanz aber da kümmere ich mich dann rum wenn ich meine winterpause habe also ich freue mich ich sage noch mal vielen vielen dank ich freue mich auf die nächsten 1000 oder jetzt bald nur noch 800 also bei 3k machen wir wieder irgendwas geiles also ihr wisst bescheid immer schön abonnieren immer schön den like button drücken und immer schön meine videos weiterempfehlen und zuschauen ich freue mich darüber und sagt vielen dank adios bis dahin kinders wir sehen uns fünf